Ein Abhängigkeitssyndrom, umgangssprachlich auch Sucht genannt, ist eine psychische Erkrankung, bei der eine Person einem zwanghaften Bedürfnis nach einer Substanz oder einer Aktivität unterliegt. Ein Symptom dafür ist zum Beispiel die Vernachlässigung anderer Pflichten. Apropos Vernachlässigung, Julia, an ihrer Stelle würde ich dem Psychologieunterricht etwas mehr folgen bei diesen Noten. Und Julia, Facebook, Facebook, Julia, Julia, Facebook, Facebook, Julia, Facebook. Facebook. Und Julia,네요. Ich komme aus Beirut, ich bin da auch geboren, da war ich so ein Jahr. Silvana, Zarafina, Estefania, Loreana, Floralba, Saminia, Jeremy, Pascal, kommt ihr mal bitte kurz runter ins Esszimmer. Der Gerät wird nie wieder, der Gerät schneidet dünner Fleischweiß und der Gerät ist vorschaf im Laden. Was hat die gesagt? Ey, wenn die dich noch einmal doof anmachen, ey, ruf mich an, ich fick die auseinander. Noris, Norfan, das ist mein Motto. Ich will spielen. Schweren! Ich bin fick und fertig. Ich bin fick und fertig. Schweren! Ich bin fertig. Schweren! 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 Tschüss! Schweren! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020